hallo und herzlich willkommen zurück hier zu borderlines 3 mit mir dem ralf und in der letzten folge haben wir uns da haben wir den zug gesprengt haben das schoßhündchen von rose zerlegt und können jetzt diese teleporter ja verwenden da sind wir hierher gekommen und jetzt geht es erst mal weiter hier wir müssen ja rose aufhalten sage ich mal das sind wir schon ich muss zurück in die stadt ob du es glaubst oder nicht ich habe titus die verantwortung titus da haben wir so ein bisschen Platz wehe dieser räudige hund öffnet mir nicht die tore hüte dich vor rose sie hat dich im blick ich hab leuten hören dass jared logan in deiner nähe sein soll er hat irgendeine moderne technologie durch die man ihn nur schwer aufspüren kann tu mir einen gefallen und mach ihn fertig okay ich bin die dritte Jaaa... Und weg bist du! Wett wo? Hm, wer rechts ist. What the fuck? Ah, wegen Minotaurus, jetzt Minosaurus. Du hast es geschafft. Und mach dir keine Vorwürfe. Er war halbwildes Tier und ein Bandit. Beide darf man töten. Und habe ich auch schon gehäutet. Hm, das ist komisch. Maximal komisch. Dich davonrennen, du Chicken. Oh, bei dem Text. Da bist du endlich. Schön für dich. Ey Jungs! Der Cocktailjäger ist hier. Wir wissen was zu tun ist. Ich kann diese Trachten fesseln. Ich kann diese Trachten fesseln. Ich kann diese Trachten fesseln. Wien hier jemanden? Mit schon hierher. Und wir warten. ich bin noch kaputt bevor die zeit abläuft wenn er still gestanden hätte vielleicht viele bändiger ja geil ja 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 Mist! Schrei halt rum, Mädel! Schrei halt rum, Mädel! Lass mich, du die Arschteierer! Sie sind jetzt fertig hier! ASTMICH! 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 Aaaaah! Kill it with fire! Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm schon mal wen in den wahnsinn getrieben oder die legende vom fleischmann fleischmann nein es ist eine geistergeschichte hier aus der gegend er soll ein monster sein das durch die prärie streift ein verfluchter haufen verwesendes fleisch mit leuchtenden augen und einem feurigen gebaren ich bin nicht abergläubisch aber ich kenne einen mordenden mistkerl der es ist und ich finde wir sollten ihm mit der legende vom fleischmann den schreck seines lebens einjagen schnapp dir erstmal den rahmen und das für ein rahmen sekunde ich muss dieses teleportieren der dingsbombs erst zum laufen kriegen schätze du wirst wissen wollen gegen wen wir gerechte rache üben also sowas wie nen guten teufelsreiter gibt's ja nicht aber sensenmann jones der schlägt dem fast den boden aus niederträchtig ist noch zu nett ausgedrückt und ich habe ein paar echo aufzeichnungen über den fleischmann in dieser gegend verbreitet um ihn aufzureiben höre sie dir an wenn du lust hast sensenmann jones lebt da drüben wie schon mal wenn er nicht draußen rumlungert schläft er seinen rausch aus er lässt sich nach dem morden immer voll laufen stell den rahmen vor seinem haus auf wo er ihn sehen muss ah am morgen nachdem ramis freunde ihn allein zurückgelassen haben wollen sie sich über ihn lustig machen aber sie finden nur sein ok so kopf mit seinem schwarzen hut obendrauf also begraben sie ramis kopf panisch in einem anonymen grab und schwören sich dass sie nie jemanden von der sache erzählen werden mhm mhm ah da kennst du die legende vom fleischmann sie fängt mit einem forscher der kompanie an der rami heißt seine freunde wollen ihm einen streich spielen also klauen sie seinen ausweis und lassen ihn über nacht allein in der prärie doch das was sie am nächsten morgen fanden erschütterte sie bis ins mark also wir werden jones vorgaukeln dass der fleisch man kommt um ihn zu holen dazu brauchen wir nur ein paar kleinigkeiten zuerst einmal brauchen wir klamotten für unseren fleischmann auf gehänna kannte jeder die geschichte vom fleischmann ich selbst hatte mal so große angst vor fleisch dass ich ein jahr lang nur quinoa gegessen habe angst treibt einen an den abgrund kinoa ist der abgrund aha nach der düsteren tat rami's freunde nun sie haben angst einige wollen abhauen und ja du hast es erraten von jedem einzelnen bastard bleibt nur der kopf mit hut im dring zurück und nichts mit brand so wurde die linke vom fleischmann geboren er ist ein unwohliger geist der an jedem rache übt der prärie allein ist und was auf dem kerbholz hat da oh geht ich nicht ich nicht nicht zurück nicht ich nicht Platsch, platsch, dein Boden wird nass mit eigenem Blut. Au. Wollte ich gerade raushüpfen aus diesem Dreck-Sumpf. Du schupst mich jetzt wieder fast rein. Du schupst mich jetzt wieder raus. das ist wunderbar okay ich rein Hier hat er den Boden, ja? Dann ist der voll. Auch nicht. Ich blind? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hmm. Könnte denn das noch sein? Gilt das hier vorne schon als weiter? Hose. Könnte hier noch eine sein? Okay. Waren Schuhe, aber keine Hose. Das ist genau richtig. Einen Bellic? Nicht irgendein Bellic. Nico Bellic? Den habe ich in der letzten Episode gekillt. Wenn ich will. Ich hoffe, dass du siehst, wie du aussiehst. Der Kopf von dem Monster sollte genügen. Jetzt bauen wir unseren Fleischmann und machen Sensenmann Jones für seine Verbrechen Angst. Falls du inzwischen denkst, keiner hätte so eine Strafe verdient. Sensenmann Jones hat viele gute Leute auf dem Gewissen. Wo? Man erntet immer das, was man gesät hat. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, dass sie da auf die Plattform wieder rüber hübsen können. Halt. Okay. Muss ich wahrscheinlich... Okay. Warum dahin? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich bin nicht drüber nachgedacht, wenn sie da im Feuer so sind. Also jetzt hier schon, aber da reichts. Hier gibt es nichts. Ich bin ja schon fast das Glauben. Okay, wir haben viel nicht gefunden bis jetzt. Aber gut, die Map geht da auch noch ein Stück. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, schlecht ist es nicht. Aber noch ist das kein richtiger Albtraum. Wir brauchen Brennstoff, damit wir das Ganze richtig inszenieren können. Damit kennt sich ja Tina gut aus. Jetzt wissen wir da hoch, wo wir gerade waren. Ja, ja. Ja, ja. Wir finden tatsächlich mal. Ja. 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 Also gut. Bring den Brennstoff zu unserem Fleischmann und wir lassen ihn brennen wie das Feuer der Gerechtigkeit. Da steht ja irgendwo was. Verdammt! Ich hab noch was vergessen. Ohne das ist es kein richtiger Fleischmann. Und das klappt auch nur, wenn wir den verdammten Hut von Sensenmann Jones finden. Vielleicht hat ihn der Säufer irgendwo im Suff verloren. Seh dich um! Wenn Sensenmann Jones seinen eigenen Hut auf dem Fleischmann sieht, wird er vor Angst sterben. Jetzt rufen wir ein schreckliches Scheusal, indem wir es in Brand setzen, versteht sich? Ja. Tausendmal, ja. Also dann ans Werk. Das sollte den versoffenen Bastard wecken. Da gehen wir bestimmt los mit Brennmuni, oder? Ah ne. Das ist geschickt. Der Wettergang ist da draußen los. Oh, Sensenmann Jones. Nun sollst du für deine Verbrechen gegen die Menschheit bestraft werden. Oh, und gegen die Fauna. Oh, und vermutlich gegen die Flora. Oh. Was? Ne, das kann nicht sein. Da will mir jemand nen Streich spielen. Hey! Raus da! Töte diesen Bastard, ihr Faulenzer! Seht aus, als bekäme der Fleischmann gleich ein paar Opfer, was? Ah, die Katastrophe! Ah! Oh! 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 Oh, oh! Oh! Ich mag das, wenn die so einen Tuna dran sind in mir. Alter. Das hatte überall Feuer. Oh nein, Sie sind alle tot! Der Fleischmann. Nein, das ist nicht möglich. Es gibt ihn. Er trägt meinen Hut. Er will mich holen. Ich will noch nicht sterben. Das darf nicht passieren. Es tut mir leid, Fleischmann. Ich sehe meine Fehler ein. Ich werde mich besser versprochen. Bitte töte mich nicht. Ah, die Angst scheint echt zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob der Bastard genug gelitten hat. Wenn du meinst, dass er noch nicht ausreichend durchgedreht ist, leg beim Fleischmann noch eine Schippe drauf. Überzeuge ihn. Aber falls du denkst, dass er seine Fehler wirklich einsieht, hör dir vielleicht seine Sünden an. Ja gut, ich habe meinen Vetter ermordet. Aber sonst hätte er mich doch umgebracht. Nur darum habe ich ihn erstochen, während er... Bitte töte mich nicht, Fleischmann. Okay, du Blödmann. Wenn du je wieder jemandem etwas tust, wenn du auch nur eine Blume pflickst, wird der Fleischmann über dich herfallen wie ein brennender Erdrutsch. Okay, okay. Ich mache es wieder gut. Ich töte nie wieder. Ich steche niemanden mehr ab. Ich werfe sogar meinen Würgedraht weg. Ich werde meine blutigen Hände reinwaschen. Ein und Interesse halber möchte ich wissen, was passiert. Oh, süßer Untergang. Bitte, Fleischmann. Bitte. Ich kann mich ändern. Nein, aufhören. Ich schwöre, ich habe meine Lektion gelernt. Ich töte nie wieder. Bitte nimm nicht meinen Körper. Ich will nicht nur ein Kopf sein. Es funktioniert. Nochmal. Dieses Pärchen, das ich getötet habe, die liebten sich nicht. Sie standen kurz vor der Trennung und wollten Nachwuchs. Ich habe eine kaputte Familie verhindert. Sie werden nur deinen Schädel finden. Ich bin gespannt, wie er sein wird, wenn er aufwacht. Komm inzwischen her. Ich habe was für deine Mühen. Ich erlaube mir das mal als einfach mal zu viel. Naja. Teller wie. Da steckt wohl noch ordentlich Dampf in der alten Legende vom Fleischmann. Hoffentlich hören die Teufelsreiter davon. Sie wird der Fleischmann nämlich auch holen. Oh ja. Schon bald. Sehr bald. Jedenfalls hat das sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich hattest du auch welchen. Sensenmann Jones wird nicht so schnell vergessen, was heute passiert ist. Jetzt muss ich dir nur noch für alles danken, was du getan hast. Ich würde den Verdacht nicht glauben, dass du der Sensenmann bist. Oder er hat gesagt, der Fleischmann. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber bevor es hier dann weitergeht, sage ich danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr Liken, Subscribe und Leute verteilen. Und wenn ihr es noch nicht, wenn ihr es getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube-Basis mehr von uns sehen wollt. Sollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account, wo dann das Video in den Follower drücken könnt. Und anstellen könnt, dass alle Fits dann gezeigt werden. Damit solltet ihr eigentlich safe sein. Und immer mitbekommen, wann, wie, wo, was bei uns so abgeht. In der Hinsicht für die nächste Folge. Adieu. Gute Nacht. Oder bis morgen. Je nachdem. Tschöööö.